Ich bin Manuela Starkmann, ich bin Heiler und Medium und ich freue mich, wenn ich Dich auf Deinem Weg von Klarheit und Heilung begleiten darf. Herzlich Willkommen bei meinem Podcast Liebe Deine Klarheit. Heute geht es ganz besonders um Gesundheit. Herzlich Willkommen bei meinem Podcast Liebe Deine Klarheit und Heilung begleiten darf. Ich möchte Dich heute auf die Reise mitnehmen, auf eine kurze Reise mit einer Idee, die mir sozusagen eingefallen ist. Ich denke, da hat die geistige Welt natürlich wieder mitgewirkt. Ich möchte Dir demzufolge erzählen, wie ist die mir eingefallen, wie mache ich die. Und da ich sie eh mache, möchte ich Dich dazu einladen, vollkommen kostenlos und auf verschiedenen Medien, Haha Zwinker, ja mit den Informationen beglücken. Also sowohl hier im Podcast, allerdings der bleibt einfach Montag. Bei meinem Newsletter Klarheitspost, die solltest Du abonnieren, das kannst Du tun über meine Homepage. Gleich auf der Startseite ist ein liller Feld und da bekommst Du dann auch gleich noch dazu die von mir geführte Meditation glücklich, selbstbewusst gesund, als auch über meine Facebook-Seite sowie meinen Telegram-Kanal. Und das möchte ich Dir jetzt alles in diesem Podcast kurz, klar, knackig präsentieren. Weil ich in diesem Podcast gar nicht so viel drin haben möchte, sondern wenn ich Dir gleich von dieser wundervollen Idee erzähle, auch natürlich sagen, das geht über einen bestimmten Zeitraum und nicht alle Infos auf einmal, sondern eben begleitend über diesen Zeitraum. Worum geht's? Es geht um die, um meine Zuckerfrei-Challenge. Ich saß letzte Woche mit meinem Mann zusammen und bin so im Sinne, dass ich irgendwie jeden Frühling, der sich ja dieses Jahr auch ein bisschen verzögert hatte, irgendwie immer ein bisschen mit dem Darm mein Thema habe. Und dass ich da dann eben auch ganz besonders auf meinen Darm achtgebe und eben beobachte, was macht bestimmtes Essen mit meinem Magen und Darm. Geht's mir damit gut oder fängt's an zu blähen und zu krampfen? Und da bin ich, glaube ich, insgesamt als pflanzlich lebender Mensch schon recht weit vorn. Aber nichts ist auf der Erde perfekt. Vollkommen ist auch schon ausreichend. Und vollkommen ist für mich, dass man einfach sich mit sich beschäftigt und in der Selbstbeobachtung ist. Und in der Selbstbeobachtung weiß ich jetzt von mir, dass ich da schon sehr viel für mich, meinen Körper, stimmig mache. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass ich viel verändern und verbessern kann. So. Und das, was ich dir jetzt, keine Ahnung, in 48 Sekunden erzählt habe, wirst du von dir selber auch so kennen, passiert in so einem Sekundenbruchteil. Und in auch diesem Sekundenbruchteil ist mir eingefallen, und ich lasse einfach mal ganz bewusst Zucker weg. Und da ich ein Fan von Zahlen, von Ziffern bin und vor allen Dingen von heiligen Zahlen, ich mache das zwölf Tage. Und da ich mit Tom zusammensitze, sage ich ihm den Einfall und frage ihn, ob er mitmachen mag. Wie Evraham Kishon von seiner Frau sagte, die beste Frau von allen ist für mich mein Mann der beste Mann von allen. 2014, als ich das erste Mal gefastet habe und mich sehr lange tief, breit, quer mit dem Thema befasst habe, weil ich irgendwie nichts im Internet gefunden habe, was es für mich so kurz, klar und schlüssig aufdröselt, war für mich zum einen klar, ich fasste. Und ich habe Tom gefragt, magst du mitmachen? Und hatte vielleicht damals wie heute eher das Gefühl, naja, wahrscheinlich sagt er, klingelt gleich der Rechner oder die geistige Welt. Nee, du, danke, nicht meins. Im Gegenteil, mein bester Mann von allen sagte, du, ich sehe dich jetzt seit ewigen Zeiten recherchieren, Tabellen erstellen, Einkaufslisten, Tagespläne, wann du was an Tee trinken willst, weil das jetzt eben im fortgeschrittenen Alter, äh, Alter, ja, fortgeschrittene Dauer von der Fastenzeit dann für die Heilung das Beste ist. Ich wäre ja blöd, wenn ich nicht mitmache. Du hast alles so genial vorbereitet. Ich muss mich ja nur anhängen. Natürlich mache ich mit. Ja. Das hat mich damals sehr gefreut. Und das Fasten war echt cool. Ich habe da leider oder Gott sei Dank, also für mich war es dann doch recht aufwendig, jeden Tag ein Video gemacht und auf YouTube veröffentlicht. Ähm, ist immer noch auf meinem Kanal. Und ich habe ein Fastentagebuch, ein ganz persönliches Fastentagebuch geschrieben. Erst für mich. Und dann hatte ich die Idee, na gut, dann mache ich ein E-Book draus. Und das gibt es jetzt immer noch bei Amazon. Naja, und eigentlich hätte ich es mir schon denken können, dass Tom ja sagt. Und da, ähm, ich bin immer ein Fan von jetzt. Ich dachte aber dann auch als nächstes, also auch der nächste Einfall war, ähm, jetzt am Wochenende passt es noch nicht. Ähm, und wenn ich die Menschen informiere und einlade, die meisten brauchen ein bisschen Vorlaufzeit. Die sind nicht so, wie ich so jetzt ändern. Ähm, aber dadurch, dass man ja bei der Zuckerfrei-Challenge sich jetzt nicht, wie damals beim Fasten, tierisch vorbereiten muss, geht das mit ein paar Tagen, in dem Fall einem Wochenende. Und wie genial. Am Montag gibt es einen Podcast. Am Montag wollen wir starten. Am Montag, dem 21.06.2021, ist Sommersonnenwende. Also es wird etwas weniger ab dann. Je nachdem, wie man es betrachtet. Also wenn ich es von der Tageszeit und der Sonnenscheinzeit betrachte, da wird das weniger. Die Nacht wird länger. Also für mich, für mich ganz persönlich, weil alles, was ich dir hier erzähle, ist, was ich mache. Du darfst dich einklinken. Du darfst aber auch einfach nur zuhören und dir denken, ja, interessant, nothing of my business. Oder irgendwann, Mensch, da war doch was. Jetzt höre ich den Podcast nochmal an und mach das dann halt später. Das muss ja nicht zeitgleich sein. Ich bin auch kein Schulmediziner, Heilpraktiker, Apotheker, Ernährungsexperte. Weißt du, ich habe es selbst studiert und ich benutze als denkender, fühlender Mensch mein Gehirn und mein Herz, mein Wissen, meine Erfahrung, meine Intuition und dann mache ich einfach was. Und das teile ich in dem Fall mit dir. Sehr großzügig. Das mache ich schon seit über 20 Jahren so. Und du kannst für dich überlegen, ist es passend, jetzt oder nicht. Und es ist mir vollkommen gleichgültig. Weil so wie ich darfst ja auch immer du die richtige Handlungsweise zur richtigen Zeit in deinem Leben finden. Ich merke aber, dass das, was ich tue, meist vor seiner Zeit ist. Manchmal wirklich zehn Jahre. Und ich denke mir, da habe ich doch Unterlage, dass ich die Idee aufgeschrieben habe, finde das dann auch. Und manchmal einfach so ein bisschen vorher oder genau in der Zeit. Und any way we is, ich sage es deshalb, weil dadurch auch eben es sehr oft passiert, dass die Menschen entweder eben sagen, der Podcast spricht mir aus der Seele oder das, was du da gerade machst, passt genau in die Zeit, ich mache mit. Von dem her, fühl dich eingeladen. Wie gesagt, der Podcast ist ja eh gratis, wenn du was für geben möchtest, lass es mich wissen. Und das, was ich dann eben im Newsletter, auf Facebook, auf Telegram veröffentliche, ist ja auch gratis. Das heißt, du kannst dich ganz bequem zurücklehnen und hier einfach vielleicht nur mitschauen, mithören oder eben auch gleich mitmachen. Ich bin immer ein persönlicher Fan vom Machen. Wir grübeln immer zu lang. Und du kannst ja hier kein Fehler machen, sage ich mal. Also im Sinne von, du musst jetzt nicht irgendwie tausend Jahre studieren, sondern du lässt einfach Zucker weg. So, und jetzt kommen die Erklärungen. Also wie stelle ich mir das Ganze vor? Zuckerfrei-Challenge. Kein Zucker. Zucker vermeiden. Das ist die Antwort. Das heißt, es ist total einfach. Du musst nichts extra kaufen. Du musst dir keine Gerätschaften oder Ernährung extra dafür anschaffen, sondern im Gegenteil, du darfst weglassen. Unterlassen vermeiden. Essen kaufst du ja sowieso. Das heißt, auch da musst du nichts extra kaufen, sondern du wirst was anderes kaufen, weil es geht mir bei der Zuckerfrei-Challenge, und das ist mir auch noch ein ganz wichtiger Ansatz, nicht um Abnehmen. Also ich persönlich, ich bin schlank genug. Ich muss nicht abnehmen. Mir persönlich geht es hier um meinen Magen und vor allen Dingen um meinen Darm und wer oder was alles in meinem Darm wohnt und sich da je nachdem, was ich an Essen oder Trinken reinschmeiße, so ausbreitet, dass ich mich nicht wohlfühle. Im Sinne von, dass ich Blähungen bekomme, aufgeblähte, einen aufgeblähten Bauch, aber auch so, dass ich wahrnehme, das geht aufs ganze Gewebe. Ich sehe es in meinem Gesicht. Du kannst Fotos von mir zum Beispiel, wo ich am meisten mache, auf Facebook, auf meinem Profil oder eben auf der Seite anschauen und du wirst wahrnehmen, mein Gesicht verändert sich. Es ist mal, da haben mich jetzt letztens Freunde ausgelacht, also für mich sieht mein Gesicht manchmal aus wie das von einem Kugelfisch und es ist auch genau dann, wenn ich auch einen total aufgeblähten Bauch habe oder wie zur Zeit, ich habe ein ganz schmales Gesicht. Ich mache zur Zeit einiges eben mit, eh schon mit meinem Darm, aber ich habe das mit dem Zucker noch nicht gelassen. Das heißt, ich sehe schon an meinem Gewebe, ich merke es an den Fingern zum Beispiel auch, dass da etwas weg geht, entgiftet, entschlackt. Das wird jetzt eine Riesendiskussion, weil manche dann sagen, Schlacken ist nur beim Metall, Quack, 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 Quack. Aber ich glaube, wir wissen alle, was damit gemeint ist und wer es nicht weiß, dem kann ich auch nicht helfen, der darf gerne klugscheißer bleiben. Hier mit mir, in meinem Podcast und überall alles, was ich mache, ob jetzt gratis oder mit einem Wertausgleich, der Wertausgleich ist nix für klugscheißer, sondern es ist für ganz normale Menschen, wie du und ich, die einfach sagen, ach wie schön, das ist eine ganz angenehme Gemeinschaft, wo man einfach ganz offen sich zeigen darf und Erlebnisse teilen oder eben, wenn die Manuela mal wieder einen Einfall hat, sich einklinken. Und von dem war das die ganze Überlegung. Es ist einfach nur einklinken in du lässt etwas weg, wenn du mitmachen willst. Drum ändere ich es jetzt mal, ich spreche jetzt dann mal weiterhin im Ich. Also, das bedeutet, was mache ich? Zucker weglassen. Und zwar, welchen Zucker? Gut, jetzt esse ich ja schon vegan, pflanzlich, da komme ich nicht wirklich mehr so an viel Zucker dran, wenn man so pflanzlich ist, wie ich mir das vorstelle. Also, ich esse jetzt keine pflanzliche Currywurst, sondern ich esse gar keine Currywurst, weil ich noch nie Currywurst mochte. Weder die Wurst noch diese Soße da oder Pommes war noch nie mein Essen. Ich habe es da vielleicht auch ein bisschen einfacher als manch andere, die sagen, ich esse das schon gerne, das ist Verzicht. Ja, viele sagen ja, das ist dann Verzicht und ich sage, ich verzichte nicht. Ich verzichte, wenn ich es essen müsste, eher gerne auf das, weil für mich wäre es der Horror, das essen zu müssen. Das heißt, kein Zucker. Aber natürlich esse ich Obst. Oh mein Gott, werden dann die Klugscheißer sagen, da ist ja aber total viel Zucker drin. Ne, da ist nicht total viel Zucker dran, es ist aus der Natur. Wir können das ganz einfach so machen, wenn es in der Natur so entsteht, dann ist es gut. aber ein Kaffeegedränk aus Zucker und dann am besten noch ein Karamellsirup drüber, wächst so nicht in der Natur. Ich denke, mach es einfach daran fest, nichts zu dir nehmen, wenn du mitmachen willst, wenn es so nicht in der Natur wächst. Und ich habe sogar wahrgenommen, Kokosblütenzucker, den ich sehr gerne verwende, der wächst grundsätzlich in der Natur, aber nicht so. Das heißt, ich spreche jetzt von mir, also was machen wir? Es ist ganz easy. Was tun wir konkret? Keinen Zucker essen. Was ist Zucker? Also alles Fiese, was du wirklich als Zucker erkennst, wo du auch nicht mal nachlesen musst und selber weißt, dass das drin ist. Also so gemütlich das ist, jetzt wieder in den Kaffee zu gehen und sich da eben irgendwie Gebäckteile zu holen, Kuchen, Torte und eben irgendeine Kaffeevariante. Wir sind doch alle nicht blöd. Wir wissen, dass der Hauptteil dieses Krams Zucker ist. Und es macht im Essen glücklich in diesen achteinhalb Minuten und danach sagt der Körper, habe ich wirklich jetzt was zu tun? Wahrscheinlich nicht mal nur achteinhalb Stunden oder achteinhalb Tage. Denn wenn das eine Gewohnheit ist, macht man das immer wieder. Und Überraschung, wir werden nicht dicker durch gesunde Ernährung, sondern durch dieses, das ist normal oder das schmeckt so gut oder das gönne ich mir. Und ich erlebe viele Menschen, die interessanterweise jetzt auch in dieser Carano-Zeit unfassbar viel zugenommen haben, wo ich auch denke, ich verstehe, dass es ein bisschen ein Trostpflaster sein soll. Nur insgesamt ist eine klare, heilsame Lebensweise eben etwas, wo du gar kein Trostpflaster aus der Ernährung dir holst. Ich habe im ersten Quartal dazu einen dreiteiligen Workshop gemacht per Zoom, also online, ist gut angekommen und die Menschen konnten ihre Blockaden zum Thema Essen auflösen, ihre Ernährung verändern und ja, letztendlich, wo ich auch gerade gedanklich herkomme, abnehmen, für den, wo es wichtig ist. Aber es sollte nicht vorrangig das Abnehmen im Fokus stehen. Also für mich ist es ein, ich esse nichts mehr, was süß ist und das erkenne ich an Schokolade und Keksen als Beispiel. Ich unterlasse aber auch, was in der Mitte ist. Also ich werde mir jetzt zum Beispiel in mein Müsli nicht einen Kokosblütenzucker reinmachen, sondern auch das werde ich lassen. Ich werde aber natürlich Obst essen und zwar natürlich von hoher Qualität. Obst, Gemüse, Salat, Kräuter, Grünzeug. Und natürlich ist in Obst auch Zucker drin, aber es ist halt ein ganz anderer Zucker und ich kaufe jetzt auch nicht im Billigst-Discounter irgendein Obst und Gemüse, sondern ich habe das regional, saisonal und bio und achte da auf eine hohe Qualität. Nebenbei erwähnt für die Klugscheißer, oh das ist aber teuer, äh, nee, ähm, mein Geldausgeben hat sich nicht verändert zu der Zeit, als ich noch in Anführungszeichen normal gegessen habe, weil gutes Obst und Gemüse eine ganz andere Sättigungsdichte hat, als dieser Industrie-Scheiß, den die meisten Menschen als normale Ernährung erachten oder eben auch die Obst- und Gemüseangebote aus dem Discounter, aus dem Supermarkt, die dann aus irgendwelchen Ländern kommen, wo es entweder eh nur nach Wasser schmeckt oder dieses Obst und Gemüse einen umwelttechnischen Fußabdruck hat, wo ich mir denke, also da brauche ich jetzt auch kein Obst und Gemüse mehr essen, also ich kaufe solche Sachen gar nicht, ich kaufe Sachen, die von diesem Kontinent kommen. Und demzufolge ist es auch einfach dann so meine Überlegung, ich bin jetzt eh nicht so der Obstesser witzigerweise, aber ich bin ein Fan davon, aus Obst und Gemüse und Kräuter und Salat sich eben tolle Sachen zuzubereiten und das ist das, was ich ab Montag noch bewusster und noch gezielter tue und in Anführungszeichen einfach nur den Zucker weglasse. Ja, was kostet es? Aus meiner Sicht nix, weil wie gesagt, Essen kaufe ich sowieso und dann kaufe ich halt eher keine Gebäckteilchen oder tolle veganen Kekse oder Muffins, die esse ich auch total gerne, sondern das lasse ich jetzt einfach mal weg. Wann startet die Zuckerfrei-Challenge? Am Montag, den 21.06.2021 zur Sommersonnenwende, weil es einfach gut ist. Wie lange dauert es? Ich habe mir gedacht, zwölf Tage, aber vielleicht mache ich auch kürzer oder länger oder du hörst diesen Podcast erst später oder liest eben alle meine Sachen erst später und fängst später an. Also, hallo, es ist nicht in Stein gemeißelt, sondern es geht darum, etwas auszuprobieren, etwas zu erleben und ich glaube, wir wissen alle, wenn wir nicht normal essen, also was uns als normal verkauft wird, dann geht es uns besser. Vielleicht warst du schon mal in einem Wellnesshotel oder hast gefastet oder warst eben so im Urlaub, dass du auch wahrgenommen hast, Mensch, es ist gerade heiß, ich bin gerade in einem Urlaubsort, wo zwar all you can eat ist, aber mich zieht es auch mehr eben zu den Angeboten von der heimischen Ernährung und mehr zu Obst, Salat, Gemüse und wow, mir geht es total gut, weil ich habe gar keine Lust, also ich weiß noch, als ich in der Animation gearbeitet habe, dann gab es halt nach, zwischen Frühstück und Mittagessen, immer um 11 Uhr auf dem Hotelmarktplatz, sage ich jetzt mal, irgendwas zu essen. Also ich glaube, irgendwie Donnerstag gab es immer Weißwurstfrühstück, wo ich denke, aber die Leute sind doch gerade vom Frühstückstisch aufgestanden, Weißwurstfrühstück um 11, damit man dann um 12 Mittagessen kann, hu. Und ich denke, je nachdem, drum auch jetzt gerade, glaube ich, ist das eben der Einfall, will man ja gar nicht so schwer und so süß und permanent essen. Ich glaube, die Temperatur hilft auch gerade. So, ist noch irgendwas wichtig? Ne, melde dich mal beim Newsletter an, so du das noch nicht getan hast, das ist noch wichtig. Geh immer wieder mal bei Telegram rein, ich habe hier im Podcast, in der Beschreibung verlinkt, wo du hin sollst, den Podcast hörst du ja da, wo du ihn eh hörst oder eben auf meiner Homepage, den Newsletter bekommst du nur auf meiner Homepage, Facebook-Seite, da werde ich vielleicht auch mal ein Live machen und eben Infos, so wo ich wahrnehme, das ist heute dran oder da kümmere ich mich heute oder vielleicht auch mal ein Rezept. Ich möchte es fließend machen, weißt du? Klugscheißer wollen eine Agenda, mit 9.27 Uhr wird das gemacht und so muss es dann gemacht werden und nur so, wie es richtig ist, wird es gemacht. Menschen wie du und ich, wir freuen uns am Erleben, am Fließen und eben am Weg und auf diesem Weg weiß ich nicht, was wir erleben. Schreib dann auch jemals deine Erlebnisse mit dazu, vor allen Dingen eben bei Facebook, bei Telegram, kannst du nur mitlesen oder eben Antwort auf ein Newsletter oder wie auch immer oder mach vor allen Dingen Kommentare jetzt hier bei dem Podcast auf meiner Seite unter den Podcast, weil wir haben doch alle irgendwie gute Ideen und könnten das dann einfach auch noch gemeinsam schmeißen. Vielleicht hat noch irgendjemand eine Idee, was er als Mindset als Getränk anbietet, damit es einfach ein bisschen leichter ist. Also das ist übrigens auch noch ein Einschub. Ich habe jetzt auch weder vor, einen ganzen Tag Obst zu essen, um irgendwie an meinen Zucker zu kommen, noch habe ich vor, mir einen ganzen Tag eine Saftschorle reinzuknallen. Also in Maßen. Das ist, glaube ich, immer eine heilsame Lebens- und Ernährungsweise. Aber ich schaue jetzt nicht, dass ich von hinten durch die Brust über irgendein Ersatzprodukt an meinen Zucker komme, sondern ich achte schon darauf, dass ich eben Zucker grundsätzlich in jeder Form der Industriellen, damit ich es rausbringe, Verarbeitung vermeide. Und damit ist auch schon das ganze Geheimnis fertig. Ich freue mich, wenn du mitmachst. Montag ist doch immer ein guter Tag zum Starten. Sommersonnenwende, da hilft uns auch noch das Universum und definitiv die geistige Welt. Und von dem her, lass uns einfach Spaß haben. Und vielleicht auch dann bei Facebook mit dazu schreiben, oh, ich könnte gerade durchdrehen, aber ich mache gerade das und das, damit wir auch zum einen ehrlich sind und uns zeigen, wie wir sind, aber auch gleichzeitig uns und anderen Mut machen und wirklich in meinem Inneren, wie du es kennst vielleicht von meinem Podcast, von den anderen Folgen, inneren galischen Dorf wirklich eine total coole, imaginäre Gemeinschaft uns erstellen. Und dann schauen wir mal, wie es uns geht während dieser Zeit. und was sich verändert. Apropos verändern, ich bin ja schon auch weltlich, strukturiert, organisiert. Was solltest du, wenn du startest, wenn du mitmachst, das ist ja deins, tun? Wiegen, messen und das Wichtigste, Wohlgefühl, Wohlfühlgefühl. Also wiegen ist einfach auf die Waagestellen aufschreiben. Was ist dein Startgewicht? Messen an der breitesten Stelle mit deinem Maßband, Brustteil, Hüfte, ich mache auch immer noch Oberschenkel, Oberarme. Aber das Allerwichtigste, weil es wie gesagt nicht um Abnehmen geht, sondern um gesund werden, gesund sein, gesund bleiben. Wie ist dein Wohlfühlgefühl? Also auf einer Skala von Schulnoten, wie ist dein Wohlfühlgefühl? Und jetzt mach es auch nicht kompliziert, ja wie jetzt beruflich, privat, mein Körper. Mach halt einfach so, wie in meinem Leben ist gerade mein Wohlfühlgefühl. Und dann stehen da, lass mich sehen, ein Gewicht, Brust, Teil, Hüfte, Oberschenkel. Du kannst beide Oberschenkel machen, ich zähle jetzt mal nur ein Oberarme. Dann stehen da sieben Zahlen. Ach wie wundervoll, sieben ist doch auch eine schöne Zahl. Und mit denen kannst du arbeiten und dann machst du das bitte nicht jeden Tag, sondern vielleicht mal in der Mitte, aber auf jeden Fall am Ende. Und vielleicht magst du auch mitschreiben, um vielleicht zu erklären, das was das Wichtigste ist. Warum habe ich die Note bei Wohlfühlgefühl eingetragen, für mich und mein Leben gerade? Weil ich gehe von aus, dass sich das Wohlfühlgefühl steigern wird. Und hey, lass uns einfach echt in eine coole Challenge reisen. Und der Weg wird das richtig Tolle sein. Ich glaube, das Ankommen, ich habe es oft so, dass man dann auch sagt so, oh schade, jetzt ist schon wieder rum, wollen wir weitermachen oder wollen wir mit was anderem weitermachen? Ich gucke, was mir einfällt. Aber lass uns doch jetzt einfach mal gucken, für wen das passt und wer dabei sein will und wie wir uns da ganz liebevoll verbinden können, etwas sein lassen, was unserer Gesundheit nicht dient und darüber hinaus über das Zusammensein der Gesundheit, der Klarheit und der Heilung dienen. Ich freue mich auf alles, was du hier mitgehen magst oder einfach mitbeobachten. Alles Liebe, dein Heiler, Manuela Starkmann. Lebe deine Klarheit. wenn du hier mitbeobachten ich bin, 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 ich bin,